KSG Konservativ? Staubtrocken? Gelangweilt? Nein! Die katholische Studentengemeinde Thomas von Aquin zu Dresden ist eine große, bunt zusammengewürfelte Gruppe von Studierenden verschiedener Hochschulen und Fachrichtungen in Dresden, die gemeinsam ihren Glauben und ihr Leben neben der Uni gestalten. Als Dr. Ludwig Baum 1925 die KSG in Dresden gründete, legte er die Grundsteine für eine aktive junge Gemeinde. Seitdem können Studierende hier Gemeinschaft erfahren, Freundschaften knüpfen, Verantwortung übernehmen, mitgestalten, ihre Kreativität und Wünsche einbringen und bekommen Unterstützung im Glauben und für die Uni. Damit dies gelingen kann, plant und organisiert unser Pfarrgemeinderat, kurz PGR, das KSG-Leben. Angefangen bei der Planung unserer Feste, über verschiedene Bauprojekte bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit, setzt sich unser PGR mit viel ehrenamtlichem Engagement für ein gutes Zusammenleben ein. In unserem KSG-Leben ist viel los und für alle was dabei. Der zentrale Tag unserer Woche ist der Montag. Wir beginnen den Abend mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Im Anschluss finden Vorträge zu verschiedenen Themen statt und danach lassen wir den Abend im KSG-Keller bei Bier und Schmalz ausklingen. Am Dienstag findet unser Spieleabend statt. Mittwochs treffen sich alle Taizé-Fans in unserer häuslichen Kapelle und nach Termin auch unsere internationalen Studierenden. Donnerstag probt unser Gospelchor. Am Freitagmorgen beten unsere Frühaufsteher gemeinsam die Laudes. Und am Nachmittag geht es in unser Wochenendhaus in Struppen in der Sächsischen Schweiz. Dort wird bis Sonntag gebaut, erholt und gelernt. Unseren Hüftschwungen trainieren wir am Sonntagabend zum Tanzabend. Anschließend kann man noch gemeinsam einen Film schauen. Einmal wöchentlich trifft sich zudem eine Gruppe KSGler zum Fußballspielen. Außerdem bieten wir von Dienstag bis Donnerstag in unserer Wohnung ein Abendessen an. Damit dieses vorbereitet ist, können zwei KSGler eine Woche lang in der KSG-Wohnung leben und neben dem Spaß am Kochen auch noch die Nähe zur Uni genießen. Neben unseren regelmäßigen Aktivitäten gibt es auch einige Highlights im KSG-Jahr. Zum Herbstball schwingen wir gemeinsam unsere Hüften. Unsere musikalischen Talente könnt ihr bei unserem adventlichen Benefizkonzert erleben. Den Einstieg in das neue Jahr feiern wir ökumenisch beim Jahresanfangsgottesdienst. Abgerundet wird das Sündersemester mit lustigen Kostümen zum Fasching. Kurz vor Ende des Sommersemesters steht unser großes Patronat-Test für unseren Patron Thomas von Aquin an, welches sich über vier Tage erstreckt. Wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann schau doch einfach auf unseren Social-Media-Kanälen nach oder komm in unserer Wohnung vorbei. Wichtige und aktuelle Infos bekommst du außerdem auf unserer Website. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!